Hallo zusammen, ich bin Seiji und stelle euch heute das Space Film von Frankreich vor. Die werden handgemacht. Das hier ist jetzt gleich das Deep Sky. Das ist die deutsch-könlichste Stimmung, die ihr könnt haben. Am besten kommt ihr bei uns ins Geschäft und könnt es mal hören und probieren. Ciao und sehr.